Ich kann es nicht länger für mich verhalten. Was denn? Nee, komm, jetzt halt mal den Ball flach. Gesagt, getan. Also los, raus damit. Ach so, das war's jetzt? Nee, ich musste grad nur die Kammer des Schreckens entlüften. Mann, bring's auf den Punkt. Okay. Was soll denn das jetzt? Du meintest doch Pringles auf den Punkt. Moment mal, ist das hier ne Pringles-Werbung? Ernsthaft jetzt? Och, der schon wieder. Okay, okay, kann ich eins? Klar. Mh. What the fuck? Ich wollte doch eigentlich nur sagen, ich kann es nicht länger für mich behalten, dass ich jetzt auf Malta eine eigene Wohnung lebe. Echt? Wo? Du stehst gerade in meiner Wohnung. Ach so, schön hast du's. Ja, und morgen um 12 kommt auf YouTube ne Wohnungstour. Eigenwerbung. Oh Mann. Und Staubsaug vielleicht mal. Das war's. Warent. Ja.